Ist ja unglaublich, ne? Dann kommen wir von da aus, ne? Wenn ich da oben hinkomme, ne? Dann können wir da auch hangeln, irgendwie. Hm. Ich weiß es doch nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oder kann man da klettern? Ne, das sieht nicht da noch aus, oder? Ich komme da ja nicht mal zu hoch. Ja, okay. Man hätte es ja mal versuchen können. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz ins Wasser. Vielleicht ist ja auch noch irgendwas Schönes für uns. Weil hebeltechnisch habe ich jetzt nichts gefunden. Unter Wasser werde ich die Hebel nicht finden. Das kann ich schon ziemlich sicher sagen. Okay, der Wasserbereich ist ja... Der ist ja riesig. Das wäre wahrscheinlich einfach nur als, äh, Option der Lebensrettung, wenn ich anfangen würde, zu brennen. Das war jetzt eine ganz komische Situation. Ich war so tief im Wasser, dass ich eigentlich gar nicht mehr hätte springen können. Deswegen wollte ich nach vorne springen, aber es hat nicht funktioniert. Geil, ne? Okay. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ich gehe jetzt erstmal wieder nach oben. Oder versuche es zumindest. Versuche jetzt mal irgendwie zu dem Hangelgedönster zu kommen. Weil offensichtlich, also ich weiß nicht, ob diese Platte vorher schon bestand, ob ich sie einfach nicht gesehen habe, oder ob ich sie vielleicht mit dem letzten Hebel aktiviert habe, der mich Lebensenergie gekostet hat, was ich sehr dreist finde. Ich bin schon hoch da oben. Ich hoffe nicht, dass ich ins Leere springen. Komm, bitte. Gah. Gah. Gut. So. Die Rolli-Boo. Ja, die eine Platte da auf der linken Seite, ne? Also der hier, den bräuchte ich jetzt. Wie kriege ich ihn wieder hin? Erster Hebel dürfte es sein. Aber der bringt mir ja so viel. Weiter wird er mich auch nicht bringen, ne? Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht muss ich beide Hebel auch nochmal betätigen. Gucken wir mal nach. Also. Den da wollte ich jetzt haben. Aber ich komme von dem oberen, komme ich nicht da hin. Hm. Hm, 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 hm. Ich weiß halt gar nicht, was jetzt welcher Hebel macht, um ehrlich zu sein. So, schauen wir uns das nochmal an. Ich denke, der ist jetzt unten rechts. Ja, die Platte besteht wieder. Das ist gut. Äh. Puh, 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 puh. Im Endeffekt, ich brauche den da unten, ne? Denke ich mal zumindest. Zumindest. Auch da ist die Frage, wie komme ich denn da hin, ne? Hm. Hm. Ich bin so unentschlossen. Ähm, ähm, ähm. Entschuldigung. Hup. So. So. Da ist jetzt nichts passiert, ne? Ne. Dann lassen wir den mal in der unteren Stellung. Ne, den lassen wir mal aktiviert. Keine Ahnung. So muss hab ich nichts gehört. Was ja vielleicht auch nichts heißen muss. Aber normalerweise... ...kriegt man das schon gut mit. Ah, shit, ey. Ach, das weißt du wieder das Spiel, ne? Dann spring mal von hier ab. Dann dürfte ich nicht zu weit kommen. Ha, 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 ha. Das war die Tür, ne? Warum ist der da deaktiviert? Oder... ...schließt die Tür sich wieder nach einer gewissen Zeit? Hm. Tja. Das ist zu tief. Also die hält sich nicht fest. Keine Sorge, ich werd's nicht versuchen. Ah, wie zum Verrecken komm ich da hin. Ja, oder wir versuchen's doch nochmal mit dem einen Schalter da oben. Das würde mich auch mal interessieren. Okay, der Schalter ist nur unten da hinten. Vielleicht hab ich den auch gar nicht betätigt in diesem Spieldurchlauf. Keine Ahnung. Ich dachte, der wäre aktiviert, wenn du mich vielleicht zwischenzeitlich verreckt. Ah, Mann, ey. Mann, 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 Mann. Rebel über Rebel über Rebel. Gucken wir doch mal, ob da was passiert. Ne. Hm. So ist was passiert. Nee, ne? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das immer aus einer anderen Perspektive vielleicht an. Und aliop. So. Er ist immer noch zu. Scheiße. Ja. Hahaha. Ich hab ganz unten noch einen Schalter im Boden, aber er bringt sie auch nicht. Scheiße, echt. Ja, wir können es jetzt nochmal versuchen von hier, aber glaube ich irgendwie nicht. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, um ehrlich zu sein. Also von hier aus quasi auf den unteren kommen, aber ich weiß nicht, wie das klappen soll. Ja, schade. Da gab es noch zwei Stellen, wo ich noch rein kann. Das ist einmal die Hangelstelle, wo ich dann in einen weiteren Bereich komme, wo jetzt vielleicht nur ein Schalter ist, und die eine Stelle, wo ich noch reinkrabbeln kann. Oh. Oh. Mein Fehler. Entschuldigung. Einen Schritt zu früh gesprungen. Aber was macht denn der Schalter dann rechts, also wenn ich jetzt quasi lade auf der rechten Seite, die auf der gleichen Höhe ist, wenn dann keine Platten beeinflusst? Das verstehe ich nicht so, Jans. Hm, 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 hm. Ah, ich werde wahnsinnig. Wieso kriege ich das denn jetzt nicht hin? Sag mal. Kaffee. Ich mache doch nichts anderes als sonst. Lad doch bitte ein bisschen schneller. Ich muss sagen, bei der Größe der Level ist das Spiel statt laden echt fix. Kann ich ja noch sagen. Ich kriege den Sprung nicht mehr hin. Was ist denn hier jetzt gerade los? Sag mal. Da kriege ich doch Pimpanellen, ey. Kann nicht sein. Ach. Gott. Kommt mich sogar das Gehen und das Strecken. Oh, okay. Nachdenken. Oder ich habe irgendwas übersehen. Vielleicht war irgendwo noch ein Schalter, den ich nicht gesehen habe und nicht aktiviert habe. Also sind mir jetzt hier zu viele Hebel. Ich hasse das, wenn ich die an und aus machen kann. So. Dankeschön. Geht doch meine Fresse, ey. Anfänglich ist der auch zu, okay. Das wäre schon, oder okay, so interessant wird es eigentlich nicht zu wissen, wie man da hochkommt. Ich werde jetzt jeden verfickten Schalter nochmal aktivieren. Und es geht im Endeffekt eigentlich nur darum, dass wir den einen Schalter auch aktiviert bekommen. Äh, die eine Plattform. Und das hat offensichtlich nichts mit den anderen zu tun. Also die Hebel kann ich schön betätigen und betätigt lassen. Und dann muss ich mich halt nach einem neuen Kack umgucken. Achso, ne. Gehen wir da rüber. Und das ist der einfachere Weg. Weil den Zustand, auch wenn ich jetzt gerade keine Ahnung, eine Viertelstunde lang nicht gestorben bin, aber den zu reproduzieren dauert wahrscheinlich zweieinhalb Minuten. Ich habe ja nichts gemacht. War nichts Großartiges. Vor allem nicht gekämpft und keine schwierigen Passagen gehabt. Was hier auch nichts ist, ne. Bin ich unverschämt. Also okay, hier gibt es ja was zum Einsammeln, klar. Ne, aber so ein Hebelchen. Das wäre doch. Wir gehen Munition und Fackeln gerne eintauschen. Ja, lauf doch mal gerade. Mädel. Hups. So. Dusch. Und dann nochmal hoch. Tätigen wir ihn auch nochmal. Dann hören wir nochmal genau hin. Ob der vielleicht beim ersten Mal irgendwie Geräusche macht. Was ich aber zu bezweifeln wage. Ne. Doch, da ist irgendwas passiert. Habt ihr es gehört? Aber was? Das weiß keiner. Also derjenige, wer ich weiß leider nicht, den ich gerne gehabt hätte. Ah, okay. So. Gut, dann düsen wir langsam wieder runter. Runter, runter, runter. Und hup. War doch so, ne. Ja, genau. Also was mich aber wundert ist, der hier rechts, ne. Was für eine Daseinsberechtigung hat der? Also der, der jetzt direkt hier rechts ist, den ich deaktiviert habe. Der ist auch noch deaktiviert da hinten. Das heißt, den mach ich wahrscheinlich mit dem einen Schalter da auf der Plattform fertig. Vermute ich mal. Ups. Sup. Und Sprung. Und Sprung. So, dann schauen wir uns jetzt hier noch mal ein bisschen besser um vielleicht. Im Wasser ist nichts. Ein Hebel ist da. Das wird doch derjenige, welcher sein. Aber hier ist sonst nichts, ne. Nothing. Oder an so einer Statue. Kann ich die schieben? Wahrscheinlich nicht, ne. Ne. Ich schieße den Laser aus, den ich voran den Augen. Wobei manche hatten ja so ein paar Glubsch-Augen, ne. Kein Hebel. So, das heißt, mit dem mach ich jetzt... Ah, Gott. Das gerät hier nämlich fertig. Aktiviere den, der da direkt gegenüberliegend ist. Deswegen... Ach so. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, das ist deutlich zu weit weg. Scheiße. Naja, ich hab gedacht... Ja, wobei, das muss gar... Das... Wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Huh. Welches sind die denn? Ach, der da hinten ist angegangen. Ähm. Der war noch nie an, ne. Scheiße, ey. Mann, 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 Mann. Okay. Ich hab einen Hebel offensichtlich übersehen. Den Hebel... Im Herkeln hab ich aktiviert. Von E Sherman. Ein Schuss. ença内aran. проблема. Mann, Mann, Mann. cuando me militcor. Bin davon mit lâcher. Was. Was. Im Herkeln. simplify.